Das sind wir, Sarah und Nathanael. Ich hätte Lust auf einen Kaffee. 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 Ich liebe zwar deine Experimente, aber mit dem Propan-Gas-Kocher wäre es schneller geklappt. Deswegen sage ich, ich sage dreimal hintereinander Propan-Gas-Kocher, Propan-Gas-Kocher, Propan-Gas-Kocher. Ich hätte Lust auf einen Kaffee. Ich hätte Lust auf einen Kaffee. Ich hätte Lust auf einen Kaffee.